Heute wollen wir uns die Stiftung Liberale Moderne, die den Grünen nahesteht, einmal genauer ansehen. Ihr erinnert euch, das war die Stiftung, die vom Bundespresseamt 500.000 Euro überwiesen bekommen hat. Das Zentrum Liberale Moderne wurde von den beiden grünen Politikern Marie-Louise Beck und Ralf Fuchs gegründet. Es setzt sich für eine Westbindung Deutschlands, also für eine noch proamerikanischere Außenpolitik ein. Und als wären die üppigen Zahlungen, die diese Denkfabrik vom Familienministerium und vom Bundespresseamt erhält, nicht schon genug, so wurde dem Zentrum Liberale Moderne vom grün-schwarz regierten Baden-Württemberg eine Expertenkommission finanziert, die unter Vorsitz von Ralf Fuchs Empfehlungen erarbeitete, wie liberale Demokratien mit den Herausforderungen der Zukunft umgehen sollen. Ihr seht, die Grünen verwenden unser aller Geld sehr umsichtig, um ihre Parteifreunde zu versorgen.